Du bist die tollste Freundin, die man sich vorstellen kann. Und deswegen wollte ich dir das CW-Fotobuch schenken, weil es einfach das ausdrückt, was wir beide als Freundschaft haben. Ich habe richtig gemerkt, die Liebe, die du für mich empfindest, für meine ganze Familie, das war einfach das wunderschönste Geschenk. Mein CW-Fotobuch, mein Leben.